... im Gerichtsgebäude. Okay. Müssen Sie wissen, der Herr Connor ist nämlich ein einflussreicher Mann. Naja. So weit würde ich nicht gehen. Und, und wer sind Sie junge Frau mit den grünen Haaren? Wow. Das ist keine Frau. Also doch, Alex. Oh. Was sagt die Frau dazu, dass du ihr da die ganze Zeit da... Was sagt die Frau? Na, wie findet sie das? Smoker, du spit... Wie finden Sie das? Nicht ich, die Frau da! Was machen Sie hier bei mir? Doch! Das fühlt sich auf jeden Fall gut an was ich mache. Wow, Smoker! What? Sind Sie alleine hier, ohne ihren Freund? Wer ist doch da im Wagen? Nein! Ich bin... Nein! 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 Ich bin... Was? Ja! 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 Danke! Ja! Ja! Bin ich hier schon weggefahren? Mann.